Ich konnte in keinen Gottesdienst mehr gehen. Ich konnte kein Gebet mehr sprechen. Ich wollte von diesem Gott nichts mehr wissen. So sagt es Herr I. in einem der Bausteine drei Seminare für neue Mitarbeitenden, der RVBS Bethel, als es um den persönlichen Bezug zum christlichen Glauben geht. Herr I. ist ein aufgeschlossener Mann, der seit kurzem am Empfang des Hotels am Weinberg arbeitet, dem integrativen Hotel, das Bethel nun in Bad Neuenahr betreibt. Er ist glücklich, dass er mit seiner körperlichen Behinderung nun ein selbstverständlicher Teil des Teams ist. Eindrucksvoll erzählt er, wie wichtig ihm der christliche Glaube immer war. Dass Gott ihn liebt, hat ihn immer bestärkt, wenn er zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen machen musste. Und es hat ihn beglückt, wenn er als Thema bei Jugendfreizeiten der Kirchengemeinde gemeinsam mit den jugendlichen Andachten gefeiert hat und wenn sie sich alle als christliche Gemeinschaft erlebt haben, mit und ohne Behinderung. Er fühlte sich von Gott getragen und begleitet. Und dann kam die Flut im Sommer 2021. Herr I. ist körperlich unbeschadet davongekommen. Die Häuser und die Autos in seiner Wohnumgebung sind mehr oder weniger stark beschädigt worden. Und natürlich kennt er, wie jeder in der Stadt, auch Menschen, die alles verloren haben. Die Bilder der Verwüstung sind immer noch präsent. Nicht nur äußerlich herrschte Verwüstung, sondern ebenso innerlich. Das, was eben noch Halt gab, Lebensgrundlage war, trägt nicht mehr, wurde zerstört. Der Glaube war hin. Was soll das für ein Gott sein, der das zulässt, der uns so im Stich lässt, der hinnimmt, dass hier alles kaputt ist, dass Menschen so verzweifelt sind? Herr I. hat viele Menschen getroffen, die verzweifelt waren und er hat viele Gespräche geführt. Er war mit seinem Rolli bei den Aufräumarbeiten handlungsunfähig und gleichzeitig hat er den Menschen zugehört, war für sie da. Ihm fehlten die Worte und gleichzeitig hat er Trost gespendet. Er erlebte Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit und gleichzeitig bestärkte er andere. Und er war einer von vielen. Alle Teilnehmende des Seminars sagen, dass sie überwältigt waren, wie viele wildfremde Menschen zum Helfen kamen und sich engagierten. Leiden und gleichzeitig Stärke, Resignation und gleichzeitig Tatkraft. Durch diese Erfahrung von gegenseitigem Beistand, sagt Herr I. abschließend, habe ich mich nach vielen Wochen und Monaten allmählich mit Gott versöhnt. Ich habe keine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich doch und gerade in dieser schlimmen Zeit von Gott getragen bin. Und jetzt spreche ich auch wieder mit Gott. Auch die Seminarleiterin hat dieses Seminar in Bad Neuenahr sehr bewegt und herausgefordert. Der standardisierte Seminarablauf einerseits und gleichzeitig die Flutkatastrophe nicht außen vor zu lassen. Zerstörung wahrnehmen und gleichzeitig Neubeginn mit diesem integrativen Team erleben. Und schließlich auch dies. Die uralte biblische Geschichte vom barmherzigen Samariter und die aktuelle Version von Alltagserfahrungen mit wildfremden Helfenden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020